Ahoi Pyros! Willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975. Heute testen wir mal die Pyro Show 1000 Palermo. Grüße aus Italien. Ist auch Italien. Wenn nicht, dann schreibt es mal in den Chat. Die Cake ist jetzt gar nicht mal so groß. Also wenn man mal die Hand hier im Vergleich sieht. Schöner kompakter Compound. Rückseite nicht spannen. Hier nochmal 1.4. 72 Sekunden Brenndauer. Kaliber 20 und 25 und ca. 1 kg NEM. Laut Video aber sehr gut. Bin ich mal gespannt auf den Live Test. Viel Spaß! Palermo Pyroshow! Wahnsinn! Das Gold! Alter! Das war's. Also für das kleine Kaliber ist das Ding wahnsinnig gut.